Ich hab das Gefühl, das ist schon richtig geil ein Abendparty. Ja, ich würde sagen, uns gehts noch ein bisschen noch ganz gut. Also seelisch jetzt nicht mehr so, aber pepere ich schon. So hoch? No. Es ist 7 Uhr morgens, glaube ich. Ist es? 7 Uhr 4. Ja. Ist mir scheiße geil. Getränke, die nicht gesund sind. Ich hab das Schande getrunken. Ich hab viel getrunken. Ich führe mein Computer-Gassi. Versteh voll und kalt, was du meinst! Was? Ich weiß nicht, ob man es sehen, aber da hinten sind Störchen. Störchen sind ziemlich super. Man seht sie wahrscheinlich gar nicht. Hier aus dem Abend, hier bin ich mit meinem unglaublich tollen Hintergrund, Andreas Hitler. So muss man Getränke kühlen, oder? In der Schubkasse. In der Schubkasse. Ne, warte, ist er da drin. Hehehehehehehehehe! Ah! Ah! Musik 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 Das ist ein Set-Track, ja? Oh nein! Oh nein! Das Ziel war das Sie hat zwei Ich brauch die Fast-Persion, meinst du? Was war das? Ich ess die Was war das denn? Das ist die Zehn-Sekunden-Regel, musst du wissen, Conny Nein, ich mein das da Das Hass, das ist der Tod und das Verderben, weißt du? Ich bin da gegen wir auch Das ist vollkommen korrekt, das hast du gut gemacht, Conny Das Monstrum! Das Monstrum! Das Monstrum! Er schnurrt Er schnurrt Er schnurrt Aber er brot die Kopfhörer auf Das ist das Ziel Seine Grafikkarte so 80 Grad Meine Grafikkarte so 21 Grad Was machen sie denn mit den Pferden? Warum kommt das auf mich zu? WTF? Hi, ess nicht meine Kamera Was zufick tust du da, Conny? Oh shit! Oh shit! Ah! 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 Helft mir! Macht Lasagne! 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 Also fassen wir diese Situation jetzt mal zusammen Da sind acht Menschen in diesem Keller und schreien alle Lasagne Das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen Malunzen Was gibt's denn hier? Das sieht scheiße aus So wir gehen jetzt zur schäbigsten Pizzeria EU Westen Der besten Pizze Öffne das Fenster, lehne dich raus und singe laute nationale Hunde Ach so Das war ein Typ Das? Das mein Freund Das? Das? Heiligkeit und Recht und Freiheit Für das deutsche Verte Land W Tut Das ist ein Hosenzieher Was meint die warum ich nicht mitmachen wollte Au Hallo W h 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 Welche Band, welchen Künstlern oder welche Künstlerin magst du heimlich? Grow, Grow, Justin Bieber, Death Believer. So, welche Musik magst du, ob ich nicht trauen würde, ist das der Profilierende Erfülligkeit. Metaloli. Was würde wohl mehr dazu sagen? Ich bin Mert, ich bin schuhnfeindlich. Was nervt dich am meisten an deinem Freund, deiner Freundin, also an deiner Nicht-Freundin, also an deinem Girl? Ich meine, das geht halt wie du. Du hast halt echt mehr Muskeln als du. Ich hasse mein Leben. Lecker. Tu für zwei Minuten so, als würdest du ein Eis essen. Ey, Ice-Cream, Ice-Cream. Küsst die Person zu deiner Linken, als sei es das erste Mal. Schon mal jemanden vom Bleichen wie schlecht geküsst, wenn ja, wen? Das ist okay, ich hab da nie auch schon, weißt du? Was? Ey, wenn wir irgendwelze Entscheidungen haben, dann fragen wir bitte die Mies-Muscheln. Boomte Serien? Ja oder nein? Ja! Schau, wann wir uns besuchen kommt. Jetzt geh, 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 geh. Gehe IT! Ich skipeeh ja nicht gleich. Geht! Katzen sind nicht dumm. Das heißt, wenn man die Tür aufmacht, dann suchen sie es schon in irgendeinem F**k. Naja, Katzen mögen ihn ganz toll. Ja, wie gesagt, sie wollte mich am Anfang umbringen und jetzt f**kt sie mich nachts ab, weil sie kuschelt. Und mir haut sie vor meinem Zimmer, bis ich aufmache. Und dann sprunnt sie zu mir ins Bett und will mir meinen kuscheln. Hey, mir so f**k dich. Ja, weil ich denk mir dann so, ich f**k dich, kratz, ich will schlafen. Und dann macht sie erst so, miau, miau, miau. Und wenn ich nicht reagiere, dann macht sie, miau, miau, miau. Wenn ich nicht reagiere, dann beizt sie mir in die scheiß Nase. Die macht genau so. Bitte, mit dir da in die Katze. Boah. Hey, bist du nicht Sarraza? Hey, Daumenphase ist überstanden. Ich bin echt ein bisschen glücklich drüber. Ha, Daumenphase überstanden, ja. Macht! Ja! No! So! Sola! Katze! Eieiei, wie trinkt denn so eine ungesunde Scheiße? Schlimmschlimm! Irgendwie wärs kluge gewesen, einen anderen Wagen zu nehmen. Kannst du Italienisch rein? Nein! Ich schon! Und egal was du sagst, du wirst einfach nur diese Geste machen. Warum liegt hier Strauch? Warum hast du ne Maske auf? Dann blass mir doch ein. Genug Tische hier. Ja, ne. Ist ja mal ranzuschieben. Ja. Ich habe keine Stuhl. Ich könnte mich hier so hinsetzen. Das ist tragisch. Ich möchte, dass sie sich da hinhocken. Riko, meddeln sie dazu. Fühlt den Beat. Er fühlt den Beat. Die Haare gehen ab. Er fühlt einfach den fucking Beat. Es ist nicht normal. Von Wehen. Ja, wenn du von vorne bist, dann weißt du nicht was. Schau dir die. Hallo. Das ist so, Janni. Das hat wehgetan. Nein. Nein. Das ist Orangensaft. Orangensaft. Sehr schön. Sehr schön. Bildungsauftrag erfüllt. Was enthält Orangensaft für Thomas? Ähm, Saft. Ich will doch nicht sehen, was? Nein, sag ruhig. Oh, da ist Kevin. Nein. Alter, Junge. Dieses Krokodil. Was? Was ist das? Ja, ja, ja. Was? Ja. Du hast ne Glöpste an... Oh was ist der Glöpste? Was? Du hast ne Lüpste? Wir bringen in einer Welt, in der zweiten Partner und Jonathan Frakes nah beieinander liegen. In der Tascheidung und wie die Anzahl betreiben, in uns... Und natürlich das Berüchtigte für unsere Pizzen. Tomaten. Tomaten. Es ist ne richtige Tomaten. Dann brauchen wir Tomaten. Ich hätte gerne unnormale Tomaten. Mach ich das gut Rico? Wir können jetzt schneller stecken. Viel schneller. Bisschen schneller. Noch schneller. Hier ist auch noch jemand eingetroffen. Hallo Conny. Ich bin nicht verrückt. Conny sie haben gerade Holz gehackt. Ja irgendwie. Glaubst du beim dritten Mal... Dann ist das irgendwie eskaliert. Irgendwas haben sie falsch gemacht glaube ich. Ich habe zu viel Aggressionen gehabt dabei. Ich habe so oft aufgehauen, dass das irgendwann weggeflogen wird. Irgendwas haben sie falsch gemacht glaube ich. Nein. Nein. Aber es sah schon immer so aus. Komm zu Ihnen Herr Dauwes. Ich habe irgendeinen Hammer gefunden. Freut mich. Oh das war knapp. Oh. Das war auch knapp. Das war... Kriegreich. Kriegreich. Knapp. Sieht aus als wäre ich in der Disco. Picht. Warte mal. Jetzt muss ich Musik drunter mischen. Weil das ist lustig. Aha. Hier ist ja kein Berg hoch. Black Ops zwei Zombies. Zu viert. Wo ist hier Zombies? Wo ist hier Zombies? Warten Sie einen Moment. Conny. Wir wirken unauthentisch. Mit der Wolkenflasche. Wir wirken unauthentisch wenn sie ihr B2 nicht offen haben. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Einfach so. Gewinner. Gewinner. Wettchen Dünner. Wettchen Dünner. Hallo. Und auch die nächste Runde Team Rang 3. Jawoll. Hello darkness my old friend. Was ist das? Du hast mit deinem Auge in der Nase. Ich glaub sie haben irgendwas falsch gemacht. Ich hab Hunger. Warum liegt hier wieder ne Axt rum? Halt deine Schnauze. Erstmal denken wir uns. Haha. In 5 Minuten schließt sie ihre Stellen doch. Wir facken hier richtig ab. Dann lenkt sich lieber als so. Nö. Kaputt. Das ist Gerd. Hallo. Haha. Der Erzfeind. Maul Erzfeind. 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 Schauen Sie mich an Erzfeind. Nein. Ah. Mindestwein. Das ist Mindestwein. Das ist feinster Suf. Der wird wenn man ihn trinkt geäxt. Im Rehme müsstest du. Was mach ich jetzt auf? Was ist denn das? Was ist denn das? Ich hab die vor Jahren. Ich hab die geschaut. Ich hab die geschaut und beleidigt. Ich hab ihr einfach so gesagt. Keine Ahnung. Und so. Ja du ist irgendwie echt gruselig. Okay. Und jetzt zeigt er uns wie er die Mindestpizza schneidet. Ja du musst immer das Klo hinzeilen. Digga. Das ist komisch. Da liegt ein Mainboard. Da liegen Steine rum. Die Ente ist ja immer noch da. Was ist das eigentlich für eine verstörende Scheiße man? Das hab ich in Kunst gemacht. Du kranker Bastard. Das war ein Gewaltakt. Was sagen sie dazu? Ganz töd hier. Kann man so. Was machst du denn mit meinem asoziales Drecksloch hier ist? Das ist kein asoziales Drecksloch. Das ist kein asoziales Drecksloch. Goldtrone! Selbstverständlich liegt hier natürlich noch ein Beil rum. Das ist ja eine ganz selbstverständliche Sache. Die können da einen Bartwuchs schneiden. Wahnsinn. Das müssen sie ganz fein machen. Geht das? Hallo Randy. Abonnier mich. Oh mein Gott Monster ist runtergesetzt. Er ist so glücklich. Ich nehme mir natürlich den Monster. Was zum Fick ist das Conny? Was zum Fick ist das man? Ihr seid nachts in der Gasse und kommt der euch hingegen genauso. Hier kauft alle Monster Energie. Monster Schokodrink. Monster Schokodrink. Schokodrink. Und Chips. Monster Chio Chips. Mit Salz. Und Crunchchips. Und und und. Lest das einfach da. Wollt ihr auch am Fan was sagen? Ja. Wir lieben sie. Abonniert mich. Schau mal mal durch die Kopfhörer. Elektriker. 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 Jawoll. Das höre ich auch immer beim Zocken. So sie gönnt sich gerade n Pizza Sandwich. Schön. Sag Hallo. Das gelten wir mal. Wir haben so wunderschöne Haare. Hey Basti. Hey Basti das ist effektiv. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.